...gekauft hat oder nicht, jetzt ist unser Gefrierfach, glaube ich, zu 50% voll mit Pommes, ey. Pommes. Na, ist doch gut, oder? Echt mal, weiß nicht, aber verstehe ich auch nicht, was hier Selina gesagt hat, hier. Sie hat ein Problem mit Pommes-Diskriminierung. Pommes-Diskriminierung. Heute gibt es übrigens Pommes, wir schicken übrigens. Ja, aber so viel Pommes wäre es Pommes, finde ich. Mann, Akkos. Ja, mit hier, ey. Akkos, wir sind in einem Team, wir sind hier zusammen. Achso, ich kann sowas im Grunde. Ah, das Bomben-Ding. Ich sehe mir keinen... Ah, da! Nein, also Mann, ich kann es doch vielleicht so nicht... Irgendwie ist es hier, ey. Boah. Lass doch, ich habe keine Bombe. Okay, hatte du ausgenommen. Na, Delay. Ich habe Browser Junior gesehen. Nein, ich dachte, du wärst gut. Wir können ja gleich einfach fragen, wer... Also, wir können ja in Team Blau die reinpacken, die zusammen spielen wollen und Team Rot, die gegeneinander spielen wollen. Boah, dann ist das so eine faire Aufteilung, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Boah, ich habe endlich mal einen getroffen, ey. Oh, wer hat mir die Kohle geklaut? Boah, ich habe... Ich weiß gar nicht, wer die... Äh, ich habe es, Markus. Markus, hallo, Markus. Äh, was? Geht nicht. Wenn du ganz fest dran glaubst, geht es sicher. Ich glaube aber nicht fest dran. Dann müsst ihr mehr treffen hier. Müsst ihr besser spielen, dann kriegt ihr die Krone hier. Ey, wie viele Punkte habt ihr denn, dass ihr eine Krone habt, ey? Ich habe sieben. Sieben, verarsch mich nicht als ob, ey. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich treffe Leute. Achso, ja gut, das ist ja gut drin, ne? Ah. Ich sehe irgendwie gar keinen gerade. Ich war auch nur gefühlt im Kreis und sie... Ich bin nicht mal ordentlich, ey. Ah, hallo, Selina. Jetzt sehe ich Selina. Hallo. Jetzt sehe ich Matti. Ich verstehe ja wohl, ihr wollt im Kreis rumkommen. Ich versuche nebenbei so ein bisschen die Map zu verstehen, weil ich habe das Gefühl, ich habe... Boah, ich habe die Bewohnerin sogar aufgeschaltet. Jetzt wünsche ich mich. Ach, das bist du. Ach, da war Matti. Ja. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, ich habe die Map bis heute nicht geschnallt, ey. Na gut, so lange spielst du diese Map ja noch nicht. Da war er noch mal drin. Ah, da kommt man von... Ach, link ausgeschaltet. Schuldigung, bang. Jawohl, richtig so. Alle auf links hier, ne? So muss das... Da ist Akkos, Alter, auf Akkos. Was ist das? Ich habe die Trone. Wo hat er, glaube ich, einen beim Ausdruck... Wieder, ey. Guck mal. Was ist das denn? Ist das ein? Da müsste eigentlich nicht Selinopo, sondern Selipo heißen. Das ist eigentlich ganz lustig. Du darfst dich nicht ermutigen, sonst kommen solche Witze immer und immer wieder. Ja, weil die jetzt doch schon längst aufgehört haben, nachdem alle sich... Ja, ja. Ich entschuldige, warum ich bin heute langsam. Meinst du, dass... Das hätte irgendein Input auf mich? Keine Ahnung, was Mario da gemacht hat, aber er ist einfach zwei Minuten lang gegen die Wand gefangen. Wer wäre schuld, dass ich mich nicht nachfahre. Mein Geld! Na ja, so Geld. Nee, das ist ja möglich. Das ist ja möglich. Ne, das ist ja möglich. Mein Geld! Na ja, das ist ja möglich. Mehr Geld! Ich wollte eigentlich die Bewohnerin treffen, ey, ich bin froh, dass Manny meine Shell abwerfen konnte. Ich hätte sonst von Manny erwischt. Das hätte mir auch leid getan ein bisschen. Die Green war von mir? Ja, ich wollte Bewohner abwerfen. Was? Sorry. Fahre ich einfach... Boah, wer ist ein Boomerang? Wer ist ein Boomerang, ey? Was soll das? Ich hätte ein bisschen Angst, ey. Mario ist keiner von uns, oder? Nee, keine Ahnung. Oh Mann, ey, ich wollte gerade Bewohnerin mit einem Harmen-Pilz treffen. Ey, ich hätte voll viel kassiert, ey. Weg, 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 lass mich in Ruhe. Nein. Oh Gott. Nicht da hinten entlang. Mann, warum kann man mir immer meine Kack-Pilze, ey? Ich raste auf jetzt. Okay, ich glaube, ich traue mich mal ein bisschen woanders hin. Ey, ich habe so Angst mit meinen 26. Ich habe... Wer hat so viele Mythen, bitte? Ich habe 26. Na gut. Mal auf Meta gehen, ey. Ich glaube, ich gehe hoch, ey. Was? Aber eine Bombe? Ja, das war mein Geld. Danke. Nein, wer wird so... Mann, kann Kummer sagen, ey. Das war bestimmt Haribo, ey. Ich habe jetzt schon zwei Bomben. Boah, ich habe einfach 27. Also ich war... Du brauchst mir jetzt in diesem Rennen? Ich habe einfach das Meta gecarried. TTF, ey. Sonst gibt es hier einen Autorenfall und hätten... Oh, ein Signi, ja. War auf dieser komischen Meta. Aha, tot war der NPC. Der hat mich nämlich voll weggesnipert für den Boomerang. Und ich dachte auch so, hä, wer macht sowas denn? Aber gut, das war der NPC. Er ist auch für die NPCs. Wo ist ein Signi-Dienst? Rechts, glaube ich. Ja. Da, siehst du? Okay. Ich werde jetzt einfach irgendwie rumfahren... rumwegfahren. Ja, ich glaube mal hinter dir. In der Mitte kann man ja gut im Kreis fahren, ne? Mal gucken, vielleicht fahren die mir mal hinterher. Oh, Mann! Brems doch nicht auf einmal. Ich höre jetzt, was du dich reingefahren mit meinen drei grünen Stellen. Wollt ihr, wohnt ihr, wohnt ihr nicht? Ja, Matthias. Ja, ich wollte mir die Fass geklade, aber das lange nicht zu. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Manni, wo bist du? Ich bin hier, ich war ja auch mal. Ich war jetzt im Kreis. Ich folge einfach der Insigni. Mit der Schreibung ist schwierig. Was machst du da? Ich war im Kreis. Ich hab' nicht gesagt, dass es funktioniert. Ich hab' nicht gesagt, dass es funktioniert. Ich hab' noch mal. Ich hab' noch was zu probieren, Matthias. Bleib mal stehen! Nein, geh weg! Jetzt wärst du nicht mehr im Kreis, du Lügner. Ge weg! Scheitzkalt, ey! Ja, nice! Ja, gut! Oh, ich glaub' irgendwer hätte mich fast mit einem München getroffen. Ich glaub' das war Aquas bestimmt. Ich hab' Pilze. Ich hab' Pilze. Ich bin... ...einfach hinter dir gefahren. Männisch. Ich glaub' schon, dass es geht. Also ich weiß nicht, ob es mit einem eigenen... Ich hab' den ganz normal auch hoch, einfach. Nene, äh, dann, äh... Das ist wie mit den Münzen. Wenn du mit dem Pilz ranst in den Münzen, dann kriegst du erstmal die Münzen. Oh, wir fahren weg. Hä? Ne, ne, fang. Wenn Haribo im Team ist, dann möcht' ich ihn weg. Hallo, wir sind das letzte Mal auch weggefahren in der letzten Runde. Das ist nämlich das erste Mal, dass wir mit Haribo wegfahren. Das kann ich mal nicht machen, so. Ich war einfach, Aquas hinterher. Aquas kennen sich aus beim Up-Horn. Was soll das heißen? So können wir nicht so... Nein! Nein, voll. Mario ist bei mir in der Nähe. Irgendwo. Ich wurde gefangen, ey, weil ich Akkus vertraut habe, was? Toll, Matti, ey. Akkus ist kein hier. Äh, ja, Akkus... Na, ich wurde gefangen, weil nicht Matti rein und... Na, lass mal drin, wir wissen, äh, nicht befreien. Ich bin auch. Manni! Wer hat mich jetzt befreit? Wer hat mich jetzt befreit? Achso, und so. Manni! Manni, Matti, ey. Ich befreie Matti nie wieder. Lass mich doch gar nicht befreien. Lass uns einen Faden machen. Danke, Tau. Tau. Mann, NPC ganz ehrlich. Ich, 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 ich finde, ein bisschen doof. Ich spiele die, die man so endet. Nein, ich wollte euch auch gerade befreien. Natürlich. Natürlich. Ich war jetzt Haribo in Hell, weil Haribo kennt sich ja auch aus mit. Warte, wo sind die Gegner? Die sind alle unten. Ich bin da oben, 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 ich bin da oben. Das ist schon wieder Akkus, ey. Ich glaube, ich wäre für keinen Boomerang in den Kopf hin. Nein, ich hätte wo Akkus opfern sollen, ey, dann hätten die bestimmt ihn gejagt. Als ob, wow. Oh, sag mal so. Mann, ey, hol mich hier raus. Mann, hat sich gefängt. Mann, ist Lon, hat sich gefängt. Ey, verdammt. Wäge ich in die Watt gefahren, das ist ohne Warte. Dann beginn ich. Nein! Das ist schon wieder, einfach das zweite Mal, ich komme aus dem Gefängnis und fliege einfach Irgendwie so'n Ding ins Maul, ey. Ich glaube, die NPCs hassen, oder? Das ist ein fresh NPC. Boah. Ah, schön. Wow, erstmal wieder umdrehen, ey. Dann befreie ich Selina halt noch mal. Ich war schneller. Was? Was? Ich bin doch rüber gesprungen. Na, warum sind Sie zu? Ich bin gesprungen. Egal, wenn gewonnen ist, ist es okay. Ja. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht darum, wie fertig zu machen. Ach so. Ja, genau. Ja, wir müssen weiter dafür sorgen, dass Lakitu null Punkte hat. Der kann gar nichts. Hallo, Lakitu. Außerdem geht es ja auch darum, dass wir untereinander hier konkurrieren. Der Beste hier kriegt ein Eis, hab ich gehört. Sponsort bei Akos. Aber nur, wenn ihr vorbeikommt. Ich wollte gerade sagen, da muss ich aber vorbeikommen bei Akos. Akos macht bestimmt Lieferhalt. Nein. Ich habe ein Ja rausgehört. Wow. Wow, wer ist mir in die Grüne gefahren? Das war ich. Warum ist das eigentlich von der Kino gekommen? Ich hoffe, nein. Nein. Nein, ich habe mir doch nicht mein Item. Ich habe Bewohnerinnen. Und bist immer noch hinterher. Warum kriege ich nur Fee dann gerade? Nein. Hä, wir wurden nicht Bewohnerinnen. Wo kommt die denn das nochmal her, ey? Wow. So haben wir nur einen Punkt. Weil wir scheiße sind. Irgendwer ist nämlich, weil war das gar nicht mehr, denn meine Green Chef vor. Ja. Als ob ich nicht... Das macht mich traurig. Ha, wurde auch schon erwischt. Oh, endlich wird auch rausgefunden worden. Wir müssen in der Kita sitzen. Ja, da kommt. Weil da jemand reingefahren ist. Ich möchte keinen Namen nennen. Nein. Deswegen lasse ich... Nee, der hat... Hat er... Der hat einen Punkt. Nee, der hat die Krone auch, oder? So. Oh, ich habe einen Filz, wenn ich den erwische. Bam, Mario, nice. Wow, da zwei. Hä, wie viele Punkte hat Selina, dass sie die Krone hat. Äh, drei. Wow. Das macht mich traurig. Schon ein bisschen traurig. Warum habe ich Mann mit? Was, was, was? Nein! Hä, ich habe jetzt auch drei Punkte. Achso, ich habe auch die Krone. Witzig. So funktioniert das alles. Krass, ne? Ich wäre das einzige eigentlich. Jaaa! Wow. Was, was, was? Wer hat mir die Krone genommen? Was ist das denn? Ich finde das nicht cool. Wer hat vier? Ich? Garantiert nicht. Ich auch nicht. Okay, ich habe sie wieder alles gut. Jaaa! Jaaa! Das ist verdorig. Schon ein bisschen. War das gar nicht schön? Jaaa! Boah, du hast sogar zwei Punkte gemacht. Na verdammt, ey. Mal getroffen. Hm. Das war nicht gut genug, muss ich sagen. 169! Ne, wir sind erstmal raus. Boah! Jo, ich bin auch. Erstmal raus. Schon wieder diese, ne? Ja, ich, 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 nicht vielleicht an mir. Ich habe nicht hingeguckt. Äh, ich habe die ausgewählt. Ballon-Modos, ey. Wie sollen wir eigentlich jedes Mal Ballon-Modos? Weil es zweimal irgendwas wie Ballon-Modos gibt. Ne, ich hatte Ballon-Modos. Mal, ich wollte den... Bewohner, ey. Richtiger Larry haben wir hier im Team, ey. What? Warum war ich denn... Schälfer, du? Banane, Banane, Banane. Ich fahr jetzt einfach wieder im Kreis. Ich mach das, was ich immer mache. Im Kreis fahren und hoffen, dass... Dang what! Äh... Es war ein, ähm, ein, ein, ein... andersformuliertes Fug. Von, von... Das ist doch hier aus dem Sport. Diesen Fug, den man hier... Jetzt, jetzt, äh, was... Wie war das? Zehn Minuten Sturmschalten, ne? Also, nur... Also, ich muss nur sagen, es war jetzt nichts. Es war ja ein Sportgerät. Was? Wie? Also, ich habe die Krone. Also, ich finde... Nein, Mann, Banane! Was ist das? Was ist das? Äh, wie gesagt, ich habe die Krone. Ja. Wer hast du? Oh. Bewohner ausgeschaltet. Entschuldigung, war keine Ahnung. Ja, war richtig so. Äh, gib den Bewohner jetzt nicht, wenn der Boss ist, ne? Ich bin aber nicht der Boss. Ja, das stimmt. Wollte ich gerade auch sagen. Stimmt. Du bist es auf jeden Fall nicht, ne? Also, wir... Malte! Ey, wir nehmen mir mein Item weg. Ich habe die Krone. Wer schieft mich ab? Ich wollte eigentlich Mini immer noch Laufen machen, ne? Und Marco, was geht? es geht es gut bei dir nein wie lange hast du gestern der folge ist gesucht ich werde sie nur von meinen eigenen ich bin so dumm das ist deine meinung ich bin einfach ausgeschaltet ich bin einfach da wurde es auch schon ausgeschaltet ich lebe nur ich muss einfach nicht versteck mir keine punkte versteckt mich einfach irgendwo versteck mich ganz feige gruppe ausgeschaltet alter war das knappe ich habe doch koopa ausgeschaltet es lief auch gut es lief einfach zu gut um zu sagen ach komm ja genau ja genau seitdem ihr raus seid ihr werdet ja ersetzt durch npcs bringen ja keine vorteile mit außer dass sie mich nicht ärgern vertreten ich würde mir nicht lauter machen wir haben ein bisschen leise markus doch ein bisschen magikert battle modus machen noch ein halbes stund mal noch ein halbes stündchen bin ich denn eigentlich ich habe jetzt eine milion bomben geworfen wenn da keiner getroffen hat die farben er ist sorgt gnadenlos 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 das ist okay ich hab noch zwei ballons und null punkte das ist um 14 Uhr wieder vorgeheißen ja dann wieder loslegen hier da kriegt die sucht sehr schön du musst du musst ich bin doch keine maschine ich habe keine ahnung ich bin aber ja jetzt glaube ich jeder aber wie keiner weiß wie es weitergeht wunderschöne ich würde mich schon immer eröffentlicht bleiben hier ja apropos die letzte staffel wird jetzt also jetzt die zwanzigste staffel oder was das auch immer jetzt ist das ist sollte jetzt die letzte staffel sein ja das ist ja sie haben ja wieder geholt ja genau die tipp kommt jetzt auch wenn wir als comeback ne damit nun mal die fähre also ja alter zwölf punkte gemacht äh einen ja stimmt mag man ja auch die sounds drin ne ey das wäre voll gut mach das so als sound noch reich bin ich nicht richtig stellen muss man immer provisorisch auf 200 sein ich mache das eigentlich immer so dass jeder bei 100 prozent startet und jedes mal wenn ich gewinne also wenn mich jemand nicht ärgert dann ist okay also so auf 200 prozent das ist mal ganz gut und immer wenn mich die person ärgert packe ich immer ein prozent runter da müsste ich ja bei null sein und dann höre ich halt auch die person jetzt antwortet er dich genau deswegen konnte man mit dem lila kampf nicht kommunizieren und ich wusste auch dass du so also nicht reagieren wirst nein ich wusste dass du wusstest dass ich nicht reagieren werde so und dann sagst du das mir ausgespielen nein das ist traurig dass wir uns so gut kennen das hier mann das ist schon traurig mann ich hatte die krone auf und dann wurde ich von vier green sheds getroffen nein oh haribo alter matchy meine ganzen münzen ja was soll ich denn sagen ich weiß sie nicht entschuldigung nein ich kann doch mit dem pilz gegen dich fahren oder ne das äh du kannst deine eigenen teammates nicht mit dem pilz angehören naja ich will es mal ausprobieren bleib, 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 bleib bleib, 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 bleib ja was nein 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 der bummerang ich glaube ich hab schon mal irgendwen mit dem pilz gegen münzen geklaut das funktioniert ich hab Metti verloren ey danke bummerang danke für nix oh Gott sei Dank ey also ich bin sehr happy gerade über meine krone ich bin wahrscheinlich der glücklichste könig der welt mal dieser kackle kutu ey Metti wie viele punkte hast du? äh 25 ah ich hab gelogen das war klar 19 ich hätte wenig sagen sollen also kommen das ist nur a palm pool also zur Hälfte genau auch richtig ich wollte gerade sagen aber in Singe macht es schon nice das habe ich durchgespielt das habe ich durchgespielt auch schon wieder die ich hab immer die hier ich hab immer die hier ja aber ich hab nur deine Map gewählt achso also ist wieder da hinten ne bam Alter richtig hier ist die krösten ey zack und und ne Wand ähm ich hab metti abschießt ne ich bin Arzt ich bin König bombe ist jetzt hier wort es getroffen aber hast du nicht ich habe ich habe ich habe ich habe was hat sie mit dem pilz geklaut oder so ich gehe nach unten ich folge dir auffällig ich habe dieses bedürfnis mein pilz zu benutzen ich habe auch ein pilz so verwendet ja nein was da davon bin ich mein pilz aufgespart es hat sich gelohnt hallo ich glaube er wollte mich abwerfen da habe ich also ich habe nur versuchten wo bitte das viele wenn ich einmal in harry ich werde ich auch nicht mehr so der sette nur fänger ja Boah, das wär voll traurig. Nur um deine Theorie zu... ...dingen. Die wurde schon wahrscheinlich 5 Millionen mal widerlegt, aber... Das ist okay. Ich bleib jetzt hier einfach einmal... Aber man fliegt gar nicht weit, ey. Okay, also in der Mette ist der Käfig. Also es gibt wahrscheinlich nur einen? Ja genau, hier gibt's nur einen. Das ist so ne kack Map eigentlich. Du fährst einfach immer nur durch die Mitte einfach durch, ey. So sei als... ...Fänger hier richtig assi. Aber du kannst nicht schliegen, ne? Oder? Du flieger. Ah, okay. Ich... Ich setze vielleicht alle 4 Seiten auszessen und nicht nur einer. Nein, aber nicht nur zwei. Man will dich dann wundern. Man kann nicht schliegen, oder? Ja. Kann man hier auch, wenn man hier auf der Seite weiß? Es gibt nur eine Seite, wo man fliegen kann. Das ist ja lustig. Ach. Ich will wieder Leute befreien. Was ist es, ob wir... Hi, Evo! Aber ist ja auch unfair, dass da nur krass ist, oder? Hab ich das gerade richtig gesehen? Ja, aber irgendwie schon, ich mein, muss sagen, ist schon heftig, weil jetzt muss ja einer nur wieder durch die Mitte fahren. Ja. Und dann easy win halt, ne? Ich meine, die fangen auch immer nur einen von uns, ne? Die fahren auch immer nur hin und her. Und, äh... Toll, Matti. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, ja wohl endlich ist die Regel, ey. Neverfall is Harim. Ich wär sonst auch grad da gewesen. Nein! Ey, ich wurde doch nicht gefangen, ne? Also... Naja, und das ist wie Vollgeist mit den Bonbons. Wenn man irgendwo unsicht bei der Ecke ist, ne? Nix gemacht und trotzdem nicht gefangen, ne? Das ist ja voll nix hier. Das ist ja voll nix hier. Das geht so nicht. Nein, ich wurde gefangen! What the Plakitu! Tja, da, ne? Das sind wir halt drin, ne? Weil Haribo wird ja nicht gefangen. Ma, okay, toll, Baby Mario, ey. Das ist so eng. Lass mich nie ausreden, Baby Mario. Nein, ich wurde gefangen! Oh, ich hab... Als ob du kurz nachdem ich befreit hab, ey, gefangen würdest. Ja, aber wir haben's geschafft. Also, alles easy, ja? Ja, zwölf Milch befreit. Okay. Nice. Ja, easy win. Ich dachte dann, wenn einer im Trupp nicht ins Ziel kommt. Am Ende werden ich geskriptet, äh, geskriptet hier, ey. Ich hab auch, ja. Oh, wird er vom Fangen. Weil ich sag doch, wenn man mit Haribo spielt, ist man immer Fänger, ey. Weißt du das? Ja, jedes Mal, wenn man mit Haribo... Also, ich glaub, man sieht echt an Haribo, dass wir nur Fänger sind. Ich möchte Haribo fangen. Okay, also, das ist ganz easy, ne? Ja, wir müssen ja einfach nur die... ...NPC zur Norm. Guck mal, ich hab schon... ...Erneben... Du hast Schott! Nein! Oh man, ey. Oh man, ey. Oh man, ey. Soh, noch Schott und Baby Mario leben. Da ist... Ich hab's Bob, ey. Ich hab, weil... Ich hab... ...Preach. Wo ist Schott? Wir müssen Schott jagen. Und es... ...und es... ...und es... ...und es... ...und... ...und es... ...und es... ...und es... ...und es... ...und... Als ob meine Pflanze nicht zuschnappt. Als ob wir wieder alle frei sind, ey. Das Spiel ist voll unfair. Wer hat die so nett ausgewählt? Aber nur durch Chord werden die befreit, ne? Boah, sehr gut. Baby Mario war so kurz davor zu befreien. Jaja, das war ich. Das... oh shit, ey. Yashi! Yashi, ey. Aber man soll ja schnell sein, ey. Macht gar nichts. Waluigi. Tja, dort ist gefährlich. Na! Ich hab Baby Mario. Der ist... der ist sich vor... Ich bin jetzt hier... Oh, sehr gut. Sehr schön. Die haben einfach nichts drauf. Ich hab nur angefangen. Die haben aber nichts drauf. Es ist okay. Die wird es gut. Ich muss sagen, eigentlich ist Blatton am coolsten. Ich mag die Mondmap. Ähm, ja... Kann sein. Oh Junge, Bomben! Gib mir Bomben. Magi, weg keine Bomben. Wo ist der? Hier. Da. Ja. Jetzt füge alle Bomben nach mir? Nein! Oh, ich hätte vor den Dabbel. Okay, mach ich mal. Äh, wie spät du das auch realisiert hast? Ich hab gar nichts gesehen. Ich seh nur noch irgendwann links so ein bisschen was blaues explodieren. Ich hab's überlegt. Hilft Harry Bumben nach mir? Kann er jetzt dafür, wenn du ihn werfen kannst? Es tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Sie haben sich angenommen hier. Gib mir nicht. Boah, Double Hit, ey. Die haben keine Chance. Sie sind einfach zu zweit. Boah, da kommt eine Peach, ey. Oh, das war knapp. Fast vor dich von der Roten. Getroffen. Ich hab' keine Bomben. Ich hab' keine Bomben. Äh, Bomben gehst du durch Itemboxen. Ach so. Danke. Ah, jetzt. Ja, danke. Nein! Tod, ey. Boah, das ist Baby Mario. Der ist fast kaputt, ey. Ja. Ich hab' mal ausgeschaltet. Ja, toll. Ich hab' die Corona. Ich hab' meine Punkte. So, danke für's zu klauen meine Punkte hier. Ist das denn, ey. Ich wollte die Corona halt haben. Die steht nur so gut. Ich hab' auch ne Corona. Nein! Ich hab' auch ne Corona. Nein! Angst nur noch. Deswegen. Also wenn ich ausgeschaltet werde. Ja, weil ich... Kann ich ja... Dann müssen die irgendwie zu spester werden. Ja, gut. Mann! Ich hab' nur noch zwei. Nein! Ich hab' nur noch zwei. Mann! Aber ich hab' die Krone. Oh! Kacke. Bitte, bitte, bitte. Matti ausschalten. Ich will die Krone alleine haben. Danke. Haribo arbeitet immer gegen hier sein Zoom, ey. Der ist sehr, sehr unkollegial. So. Nein! Ich hab' nur noch eine! Ich hab' auch nur noch eine! Wir haben noch zwei, Pardon. Ich hab' ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, ich muss euch hier echt immer durchziehen, ne? Die haben alle NPCs. Haribo ist auf der... Die haben auch ne Karte. Oh nein! Ich hab' auch nur noch einen Ballon! Oh scheiße! Oh nein! Bitte, bitte, Matti! Bitte, bitte, bitte! Wenn wir so viele Punkte haben, dass wir schon gegenseitig hoffen, dass wer ausgeschaltet wird, ey. Ja! Mann, ich hab' am Ende noch einen von den Gegnern erwischt, ey. Mann, die hatte auch acht. Krass. Was? Ihr hattet am Ende die Krone? Was los mit euch? Ach so, okay. Versteh' ich. Wie Lemmy einfach bei mir auf der anderen Seite ist, ey, so, keine Ahnung von der Außenseiter. Ist der ausgeschlossene Lemmy, ey. Ach, Lemmy. Nein, kann ich nicht mehr machen. Na, wirst du! Ich krieg' in Ideen, schon mal. Ja! Ja, ne? Ne? Na, wirst du nicht mehr sagen? Was ist das denn? Du bist es einfach? Okay, wir sind ja am Morgen aus. Der NPC ist komplett überfordert. Maddy versucht die Insigne zu klauen, ey. Ich glaube wir müssen hier Maddy abschießen. Ehrlich? Was macht er denn? Nein! Achso, ja. Wer schmeißt... Alter! Maddy, ey! Wie sieht das im Clip aus? Wie sieht das im Stream aus, ey? Wir sind in dieser Kampf-Arene wiedergekommen. Warum haben wir hier eigentlich weniger Punkte, ey? Was ist das denn? Aber jetzt kommen Münzen, das kann ich... Oh, die Map stehen wir aber auch heute das erste Mal. Ja, ne? Ja, ja. Splatoon heute noch gar nicht. Stimmt. Ja gut, aber Splatoon haben wir ja zwei Stunden schon gespielt. Ja, gewiss du schon. Das ist mein Geld. Ja, such dir deine eigene Münzen, ey. Das nächste Mal werfe ich dir eine Bananen in den Kopf. Ja, mach du euch. Dann werfe ich dir eine Panzer in den Kopf und das du jetzt, ey. Ich hab' keine Banane. Nein! So, aber ich hab' drei Panzer, so. Ich spring' von oben runter, was passiert? Ich lande auf der Banane, ey. Boah, ey. Das ist so traurig, ey. Aber irgendwo ich weiß, wir sind eigentlich ganz gut dabei, wir gewinnvoll. Ja. Aber bitte streng die an. Wir sind NPCs, ich will nicht verlieren. Ich, ich, ich. Ich glaub' ich hab' immer noch mehr Punkte als du, aber okay. Also, hey, ich hab' hier, Moment mal, ich hab' hier ordentlich Punkte. Nein, insgesamt, Mann. Ja, insgesamt, das ist doch hier Banane, ja, das zählt nicht. Ey, ich schmeiß' dich nicht gleich ab, ja? Mach' du, aber nein, ich hab' den Krono, lass' mich. Okay, warte, wo bist du? Nein, 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 geh' weg, ey. Vor allem ist Farid, wo, ey. Ich hoffe, du schreist dann gleich auch, wenn ich aus dem Vent springe, oder so. Hm. Aus welchem Vent? Ja, Among Us halt, ich spiel' doch gerade Among Us. Ach so? Also aus dem Vent, äh, äh, in, hier, Security. Huh. Aus der, aus der, us- äh, ei, Security. Wow! Vor allem einfach Münzen, ey. Man, du hast dich ..." Was?! ICH WULD' WiFioden ausgeraubt, ey. MAN! BabyP, bist du bescheuert... Wird mir einfach ne Kack-Dingens entgegen, ey. mann ja genau ich will einfach nur mein geld weil das hier in dem boomerang erstickt an meiner fuhr meine gemeint dieser kackt bauperan das ist wie hier nur boomerring ich hatte mal so viel das habe ich habe was macht der geist einfach nur unsichtbar ich wollte mich hat formett hier versteckt er hat mir alles kaputt gemacht wenn wir waren ich sehe ich bin ich weiß ich habe Mann, was ist denn los, Brüttchen? Geh doch einfach woanders. Warum, ey? Hau ab, ey. Geh weg. Mann, was ist denn los? Ach so, das war die Läu und Niko. Aber die Bombe, ich hab so eigentlich meine Bombe, ey. Was zur Hölle, ey? Wie ich einfach keine Menzel habe, ey. Sehr cool, Riftie. Ja, ich weiß nicht, was Habibu dann wieder erzählt hat. Ich mag nicht mehr. Hat er sich schon mal gesagt? Ja, ich hab nicht zugehört. Nee, bitte was? Ja, mehr. Klar ist schon. Hm. Weg da, ihr Lümmel. Ach so, Ballon-Modus. Oh, Ballon-Modus. Oh Mann, warum muss ich? Na ja. Was, was? Na ja, alles gut. Na ja, alles gut. Ich merke, wenn es los geht. Na mal an, der hat sich. Na mal an, der hat sich. Hast du? 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 Hast du da Mecker, möchtest du Mecker? Nein, du. Ey, da Ahnung. Oh Gott. Aus dem Weg. Das ist Matty. Warte Matty, Matty. Mann, ey, suche du doch einfach hier. Das ist das Ding, ey. Ich schwöre ich, ich.. Wo bist du? Ich sag' ich dir nicht. Stehst du da oben einfach irgendwo unten? Nein! Ich bin halt hin- und herge- Ich hab keine Banane da oben gelegt Ja, deine teammates werden dir eingeblendet, das ist klein. Wer lügt jetzt? Boah, aber ich bin echt froh, dass sie diesen Modus hier mit dem Ballons in so einer kleinen Arena jetzt machen, weil nicht so wie auf der Wii U.A. Kein Fahrrad, Ui. Ja, boah, ey, ey. Boah, war das schlimm, das war ja nicht mal Arena, das waren ja immer nur irgendwelche Maps, also Strecken. Mardpies? Ja, richtig. Und dann, ich mein, wie sind sie auf diese Idee gekommen, ey? Gar nicht, die haben einfach gar keinen Bock gehabt. So, die war halt so, ey, wollen wir mal Battle-Modus? Oh, Battle-Modus ist eh scheiße. Kämpfst du einfach die Maps da rein, dann weiß ich schon, spielt ja eh keiner. Nicht, dass die Unrecht hätten, aber... Ich muss sagen, ich bin halt immer noch ein Freund davon, den Ballon-Modus so zu gestalten, dass wer raus ist, ist raus. Apropos raus, ey, ich hab, äh, raus. Ja, stimmt, das wär eigentlich auch cool, ja. Ja, so'n, so'n, oh, so'n Mario Kart Battle Royale, ey, ich sag's euch, das wär der Shit, ey. Ey, ich sollte bei Nintendo arbeiten, ich sollte Wirtschaftler werden. Ich sollte Nintendo beraten können, ich hab, ich hab die Ideen, ey. Ich hab gelohnt. Und machst du den Ventilator an? Oder das ist Helden? Ja, das ist wirklich schön. Ich bin halt, ich stehe, Bombe! Boah, ich hab einen nur noch einen Ballon hatte, ey. Was ist denn, ey? Alter, es hatten einfach drei ne Krone von uns. Ja, es hat am Schluss noch mit nem Bumerang ne Krone geholt. Ja, gut. 37 Punkte hatten die nur, ey. Wir haben ja gar nichts gemacht hier, ey. Alles müssen wir machen.